Ja, Henning, gut ein Drittel der Spiele hat Kickers schon absolviert, mischt oben in der Tabelle mit Samstag Spitzenspiel gegen Bersenbrück. Eigentlich könnte man sich auch komplett auf das Sportliche hier konzentrieren, aber eine ganz wichtige Frage interessiert ja aktuell gerade alle. Wie ist der Stand in Sachen Ausgliederung der ersten Mannschaft? Kannst du da mal sagen, wie Stand der Dinge ist? Ja, das ist eine gute Frage, Matthias. Und ich glaube auch, es ist mal an der Zeit, dass wir mal ganz offen und ehrlich darüber reden. Die Menschen hier in der Region beschäftigt dieses Thema. Das merken wir ja auch. Uns selber beschäftigt dieses Thema. Und ich glaube schon, dass wir am Ende auch diese Transparenz nach außen hin auch mal bespielen müssen und da auch mal klar sagen, wie es aktuell aussieht. Das sieht schon so aus, dass wir, das haben ja alle gemerkt, auch eine Zeitverzögerung haben. Der Zeitplan hinkt. Wir wollten eigentlich schon im Sommer ausgliedern. Dann wurde es mal irgendwann Oktober, November. Und ich habe heute noch mal mit auch Hendrik Poppinger gesprochen. Wir können noch mal eine Zwischenbilanz ziehen, aber am Ende, unterm Strich, müssen wir schon sagen, wenn wir realistisch sind, wird es in diesem Jahr nichts mehr werden mit der Ausgliederung. So ehrlich müssen wir sein. Und es bringt jetzt auch nichts, dass ich da aus dem heißen Brei herumrede. Das ist für uns maximal schade, maximal traurig, weil das war ja auch immer diese Bedingung, die wir gestellt haben. Aber aus zeittechnischen Gründen als auch aus finanziellen Gründen muss man schon ehrlicherweise sagen, ist es in diesem Jahr faktisch unmöglich, das Ding noch auszugliedern. Die Mitglieder müssen noch eingeladen werden. Dementsprechend bedarf es auch einer gewissen Vorlaufzeit. Und das ist auch nach Absprache mit den Experten. Ich bin ja jetzt auch kein Experte in dem Bereich, aber schwer bis gar nicht mehr umzusetzen, jedenfalls in diesem Jahr. Ja, und wie geht es dann jetzt weiter? Wie sind jetzt so die nächsten Punkte, die dann jetzt anstehen? Ja, das ist keine einfache Situation. Wir haben ja versucht, auch erstmal hier auch eine Euphorie zu entfachen, was wir auch durchaus geschafft haben, wie ich finde, wenn man sieht, wie viele Zuschauer jetzt auch hier bei uns ins Stadion pilgern. Aber die alles entscheidende Frage ist natürlich auch, wie geht es denn weiter? Und ich habe da schon heute, ja, auch noch keine Patentlösung, weil Fakt ist auch, wir haben die Menschen, wir haben die Leute hier in der Region auch lieben und schätzen gelernt. Und am Ende des Tages hängt auch was da dran an diesem Verein. Nicht nur das Weh und Wo von uns jetzt, unser Wohlbefinden, sondern auch von den Leuten hier aus der Region. Und ich glaube, Kickers Emden hat eine Strahlkraft nach wie vor. Und deswegen wäre es schade, wenn wir das Ding jetzt auch nicht zum Abschluss bringen, nach dem, was wir alle schon hier angestoßen haben. Und ich kann jetzt noch nicht abschließend sagen, wie genau es weitergeht. Fakt ist jedenfalls, wir müssen den Schuldenberg noch weiter reduzieren. Und das ist eine Aufgabe, die aktuell noch nicht, ja, Vollzug gemeldet werden kann, wo wir aktuell noch daran arbeiten, dass wir diesen Schuldenberg wegbekommen. So, der ist nach wie vor da, an dem brauchen wir auch nicht schön reden. Und dementsprechend, ja, ist da gerade der Hauptaugenmerk drauf gelegt, wie wir diese Altlasten, diese Verbindlichkeiten endlich mal auch von unserer Schulter bekommen. Um welche Summe reden wir da jetzt noch? Albert Allermann sagte, zweiter Vorsitzender von Kickers sprach da vom mittleren, fünfstelligen Bereich. Ja, auch da bin ich einfach ein Fan davon. Wir brauchen Dinge nicht schönreden. Das bringt nichts, das bringt keinem was, weil am Ende ist es auch nur ein Weglaufen vor Problemen. Wir müssen uns den Problemen, die hier auf uns warten, auch stellen. Es gibt zwei Sachen der Verbindlichkeiten hier noch. Einmal sind die langfristigen, das sind noch Darlehen, alte Kredite, da sprechen wir über 150.000 Euro, die getilgt werden müssen oder wo am Ende auch Gläubiger auf ihr Geld verzichten. Auf der anderen Seite haben wir kurzfristige Verbindlichkeiten und die sind auch noch, ja, ich sag mal, um die 150.000 Euro. Also in Summe sprechen wir um 300.000 Euro. Wenn man das Kind beim Namen nennen möchte und ich möchte es auch mal beim Namen nennen, um einfach auch mal jedem zu zeigen, so wie ernst die Lage ist. Sie ist nicht hoffnungslos, aber es kommt jetzt nicht morgen irgendwie der goldene Reiter hier, der nochmal einen Geldsack auf den Boden schmeißt und sagt, hier Leute, wir haben das Problem der Lösung. So ist es noch nicht. Und dementsprechend ist das auch das Hauptargument dafür, warum es einfach auch etwas länger dauert, weil einfach diese Verbindlichkeiten noch da sind, was ich gerade gesagt habe, 150.000 aus Darlehen, 150.000 kurzfristige Verbindlichkeiten und die müssen einfach weg.